Denn, oh, der Herr ist auch verstanden, er lebt und er ist heute bei uns. Halleluja! Oh, der Herr ist auch verstanden, er lebt und er ist heute bei uns. Halleluja! Er trug die Sünden dieser Welt auf sich. Ja, er gab sein Leben hin für dich und mich. Und er tat es aus lauter Liebe für uns. Er war tot, doch am dritten Tag ist Jesus auferstanden. Er ist auch verstanden.